Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge. Ich gestalte eine Insel ohne Nintendo Switch online. Tag 17 oder 18? Ich hab's vergessen. Ich hab's in den Titel geschrieben. Tag 18. Wir sind schon Tag 18. Leute, ich schaff es noch. Ich schaff es noch, diese Challenge vor Dezember zu beenden. Zumindest auf Twitch. Heute wird's dirty. Unser Projekt ist volljährig. Daran hab ich ja noch gar nicht gedacht. Oh, scheiße, jetzt seh ich's. Oh nein, es spritzt ja sogar. Anyways, um die lieben Leute auf YouTube zu updaten. Die lieben Leute hier auf Twitch, die wissen natürlich schon Bescheid. Belinda hat mir gerade gesagt, dass heute Sternstuppennacht ist. Deswegen wollen wir gleich mal Euphemia suchen gehen. Eventuell ist sie ja am Start. Aber ich glaube, es ist der gleiche Tag, den hatten wir schon mal gespielt hier. Gleich haben wir zurückgespult. Ich möchte dann eigentlich noch die Kürbiskutsche suchen. Und dann kann ich eigentlich auch wieder in den November zurückspulen. Weil ich noch den Herbstbaumfruchtbogen, das DIY, gerne hätte. Dann spiele ich lieber im November, um das DIY potenziell bekommen zu können. Okay, wir schauen mal, ob Euphemia da ist. Achso, und mein Tor. Wurm, Wurm, Wurm. Mein Burgtor müsste da sein. Oh, ich find's aber schon richtig schön, Leute. Selbst ohne Weizenfelder. Muss ich ehrlich mal sagen. Man muss sich auch mal selbst loben. Selbst auf die Schulter klopfen. Weil es ja niemand von euch tut. Nein, Spaß. Das ist so ein schönes Bild. Warte mal. Das ist das perfekte Model gerade. Fotoshooting mit Vroni. Irgendwie sehe ich sie. Ja, so vielleicht. Okay, perfekt. Irgendwie süß, dass sie da hinten sitzt. Auf wen, mehr kommt doch immer erst am Abend. Und das war... Danke, Basti. Ich bin nämlich auch der Meinung gewesen. Aber irgendjemand hat mir gesagt, dass sie auch am Tagsüber kommen kann. Oh, jetzt guckt sie auch in den Himmel und schaut schon, ob Sternschnuppen am Start sind. Wie chillt ihr Leben. Toi, toi, toi. Vielleicht Crafted Mini. Mini, Mini, Mimi. Mimi und Mini sind einfach zu nah beieinander. Nee, sie klingelt. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ein paar Pikes. Alter, das passt ja gar nicht zu meinem Outfit. Aber danke schön, was du an mich gedacht hast, Mimi. Larissa Crafted, die süße Maus. Was craftest du denn Schönes, meine Liebe? Eine Kürbis-Stehlampe. Ich habe eigentlich schon fast alle Kürbis-DIYs jetzt bekommen. Es fehlt halt nur noch die Kürbiskutsche. Und da meintet ihr, das kann auch im Laden sein. Da wollen wir nochmal gleich reinschauen. Uh. Boah, teuer. Mann, ich kann mir das alles nicht mehr leisten. Okay, war da nichts. Problem ist nur, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich könnte das halt rüberschieben. Jetzt passt hier alles nicht so ganz. Ein bisschen blöd. Oder ich mache den Baum. Wenn ich das noch eins rüberschiebe, passt es dann dahin. Ja, ne? Perfekt. Schon wieder kaputt. So, dann machen wir hier den Baum hin. Dann können wir den Turm nämlich noch verschieben. So. Ich mag es nur nicht, dass das jetzt hier so eine richtig lange Wand ist. Das sieht für mich jetzt schon komisch aus. Ich glaube... Lol, hier ist ja noch richtig viel Platz auch. Und ich muss das Ganze nochmal bearbeiten. So. Passt jetzt diese Burgmauer da hin? Oder muss ich das noch eins verschieben? Mal kurz die Burgmauer von hier. Ich habe einfach alle Burgitems bekommen. Und Weizenfelder habe ich immer noch nicht. Ich kann die Windmühle auch wieder hier hin. Ich glaube, ich stand hier. Und hier könnte theoretisch auch noch ein Baum hin. Fällt mir gerade auf. Und hier ein Busch. Schön. Ich muss ja auch wieder noch ein Burgitem und ein Burgding noch kaufen. Es ist halt ultra teuer. Ich habe das Gefühl, am Ende muss ich wirklich noch Sternis farben gehen. Warte mal. Irgendwelche Bäume muss ich noch einfrieren. Fällt mir gerade auch auf. Ich glaube, es war hier hinten. Ja. Den Baum. Und dann muss ich wieder neue Bäume pflanzen. Welche Taktik fährst du beim Sterni-Farm? Ich habe ja diese Challenge eigentlich angefangen mit einem Startkapital. Deswegen habe ich bisher noch gar nicht Sternis gefarmt. Weil ich mich eigentlich eher auf die Gestaltung konzentrieren wollte. Und ich denke, wenn ich jetzt nochmal Sternis farme, wird das ganz schön knapp mit der Challenge. Wir schauen mal. Okay, ich muss jetzt noch ein, zwei Burgitems bestellen. Aber dann habe ich eigentlich auch die teuersten Items zusammen. Ich rieche ein 24 Stunden Stream. Nein, 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 nein. So weit ist es noch nicht. Ich bin schon relativ weit mit der Insel. Ich habe es mir gestern ausgerechnet. Wenn ich an den Weihnachtsfeiertagen zu Hause nicht streamen sollte, würde ich die Challenge trotzdem noch schaffen. Ich habe heute zum Glück mal pünktlich angefangen. Sobald die Weizenfelder kommen, fließt eine Million direkt in Weizenfelder. Ich glaube, die Weizenfelder sind aber kein teures Item, oder? Die kosten, glaube ich, nur 1.000 Sternis. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher. So. Von sich könnte ich das Ganze auch... Weil jetzt ist es halt genau gleich mit den Bäumen da hinten. Wenn ich das Ganze noch eins kleiner mache... Ach man, ich brauche... Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich das schöner hier machen? Ich muss unbedingt mir ganz schnell was kochen. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit Obst essen. Das kann ich mir dann kochen. 1.000 Felder bist du bei der Million. Ja, okay, Leute. Also wirklich 1.000 Felder. Wobei, 1.000 Felder könnten sogar ganz gut hinkommen. Okay, ich könnte das ernten und dann auch mal andere Sachen kochen. Aber egal. Warum habe ich die Birnen geerntet? Das war doof. Wenn muss ich den Apfelbaum ernten? Okay, ich muss heute wieder ein paar Bäume pflanzen. Das sind Aufforsten hier. Okay, dann könnte ich eigentlich hier einen Baum pflanzen. Wir schauen, wie das erstmal auf der Karte aussieht. Wichtig. Akzeptabel. Dann kriegen wir das bestimmt auch hier oben geregelt. Da kann ein Baum hin. Und hier kann ein Baum hin. Gut, dann bestelle ich erstmal die neuen Burg-Items, die ich brauche. Ich baue auch noch ein Burg-Dings da und das andere Burg-Dings da. Okay. No. Der Burgturm ist am teuersten. Mir fehlt Geld. Oh, ich bin so arm. Einfach eine Viertelmillion. Ich bin bald nur noch eine Million Sperr... Sternis. Perfekt. Broke Moly. Wirklich. Aber es dürften eigentlich nicht mehr so teure Items kommen. Spermis? Ich habe mich versprochen. Hallo. Kann ich da bitte mal rein? Gut, dann kann man hier einfach noch ein paar Büsche platzieren. Ein paar Pilze. Kann da hier auch nichts mehr so viel finden. Ja gut. Dann haben wir das geregelt. Ah ja, hier hätte ich am liebsten auch noch... Dadurch, dass das Burgtor das ein bisschen verdeckt, passt das eigentlich. Dann mache ich hier, glaube ich, einfach nur einen Busch hin. So, dann kann man hier so lang. Das geht doch klar. Ich habe nicht so viel Geld, um jetzt hier alles mit Burgtoren auszuschmücken. Oh mein Gott, ich merke so ein bisschen viele Parallelen mit der Insel mit Cozyleaf. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber na gut. Ich würde direkt einmal zu Björn gehen und hier den Lagerschrank umgestalten. Den anderen auch, weil ich mag die grünen Lagerschränke nicht so gerne. Let's go. Diep, diep, diep. Das ist eigentlich ein schönes herbstliches Ding. Ich mag eigentlich das auch ganz gerne. Paradaufkleber, Lagerungsaufkleber. Ich glaube, ich finde die Installationsgenehmigung irgendwie süß. Hm. Ich finde das Dach irgendwie schön. Ich mag die Kuppel, aber ich weiß nicht, ob es da so reinpasst. Es ist halt so edel eher. Was sagt ihr? Ich dachte erst, das Rostik, aber es ist mir doch zu ranzig, das Rostik. Vielleicht doch weiß. Ich nehme es erstmal in Grau mit. Wir schauen mal, wo wir es integrieren können. Ich gucke mal, ob ich irgendwo... Ach so, ja. Ich habe ja die ganzen... Nee, doch nicht. Muss ich doch nochmal mit Sina reden. Ich habe doch nicht die ganzen Designs bekommen. Vielleicht nehme ich... Ich nehme das jetzt einfach in dieser Farbe. Mal schauen, wo ich es überhaupt verwende. Es war aber ultra teuer. Ich muss es wenigstens in mein Haus stellen. So, vielleicht kann ich die Zypresse nochmal umgestalten. Und das Aussichtsfernrohr könnte ich auch nochmal umgestalten. So, mit Grün. Irgendwie verbinde ich Dunkelrot immer mit Herbst. Ja, das Dunkelrot hätte man auch nehmen können. Aber die Bäume und so sind ja auch alle schon so dunkelrot. Rot und der Boden auch. Irgendwie wäre es mir dann, glaube ich, too much. Mal schauen. Ich muss auf jeden Fall gleich erstmal auf den Arm spulen und gucken, ob Alphemia da ist. Und dann auch mal wieder in den Herbst spulen, weil ich spiele ja aktuell auch gar nicht in der richtigen Jahreszeit. So, dann stellen wir mal die Items auf. Aber ich weiß nicht, ob ich das so stehen lasse. Mal schauen. Hier muss der Weg auch runtergehen. Das kann ich eigentlich jetzt auch direkt mal machen. Und hier kommt der Lagerschrank hin. Das ist auch wirklich Deko. Wenn ich hier die Treppe runtergehe, würde das vielleicht nicht ganz so passen. Aber ich muss mal schauen. Das ist doch schon mal ganz süß. Pavillon, Suppresselagerschrank. Den anderen mache ich neben meinem Haus hin. Ja gut, dann ein paar Bäume pflanzen. Flaschenpost suchen. Und auf Abendspulen. Der Plan für jetzt. Ich mache eine pink-weiße Insel. Also ein bisschen Fairy. Oh, Fairycore-Insel habe ich halt auch noch nie gemacht. Das würde sich anbieten. Also wenn man eine pinke Insel macht, dass man das so Kirschteppich. Dass man dann diese Fairy-Farm nimmt. Wie schön das schon aussieht. Ich bin so begabt. Ach, ihr seid dankeschön. Okay. Dann pflanzen wir mal die Bäumchen. Ein paar Sachen bringen wir weg. Ich sage es auch aus, du brauchst viele Blumen für eine Fairycore-Insel. Auf jeden Fall. Ich denke auch für so eine Insel, das würde ich auch schon wieder mit Treasure Island. Weil sonst dauert das einfach zu lange. Ja. So eine Insel. Nee, das tue ich mir glaube ich nicht an ohne Online. Das ist jetzt hier einmal. Ich finde es an sich ganz cool. Aber wenn ich jetzt wirklich nur eine Insel gestalten will. Dann komme ich natürlich auch schneller und effektiver voran. Wenn ich Treasure Islands benutze. Ohne ist Folter. Also wie gesagt, es macht auch Spaß. Und langfristig macht es auch mehr Spaß. Aber ich spiele halt... Oh mein Gott, ich habe zu wenig Geld. Ich kann die Birnen verkaufen. Gehe ja eh gleich spulen. Okay, wow. Damit kann ich mir einmal fünf Bäume kaufen. Warum ist alles so teuer? I need money. Vielleicht muss ich irgendwas angeln. Jetzt habe ich keine Angel. Eine Wackelangel. Oh, und ich habe ja dieses Geschenk hier abgeschossen. Meine Tasche war voll. Ah ja, perfekt. Genau das, was ich brauche. Und ich kann hier mal so ein bisschen... Ich fange jetzt schon mal an, Geld zu sammeln, Leute. Ich muss jetzt hier Sparkurs einlegen. Oh, perfekt. Ah, jetzt habe ich die Reifenbastelanleitung. Ja, das ist eigentlich süß. Kann man bestimmt auch irgendwo als DIY gut benutzen. Ich werde den Reifen also nicht verkaufen. Warte mal, kann ich den Reifen direkt verwendet? Wir werten auch. Also, wie viele Reifen brauche ich für das DIY? Ein Reifen. Okay, dann crafte ich ihn direkt. Jetzt will ich am liebsten noch einen Reifen angeln. Weil zwei Reifen sehen schon besser nebeneinander aus. Ich spiele immer ohne Online, habe ich nicht mal. Hast du das DLC? Weil ich finde, wenn man das DLC hat und also, wenn man halt auch eine Insel hat und da sein ganzes Herzblut reinsteckt, dann kann man auch entspannt ohne Online spielen. Aber das Problem ist halt einfach nur, innerhalb von einer kurzen Zeit, ohne Online etwas auf die Beine zu stellen, ist halt, oder mit einem neuen Spielstand jedes Mal, ist halt anstrengend. So. Okay. Das war gar nicht so viel Geld, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, das ist mehr. Darum ist es ja eine Challenge. Ja, ja. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Mir macht die Challenge ja ultra viel Spaß. Und ich bin zuversichtlich, dass am Ende auch eine schöne Insel jetzt rauskommt. Und ich bin auch zuversichtlich, dass ich das noch im Dezember schaffe. Gut. Das muss ich nur gut planen. Ich pflanze jetzt sehr viele Bäume. Fossilien analysieren lassen und verkaufen, kriegst direkt mindestens 100.000 ständig. Das Problem ist, ich habe mein Museum nicht ausgebaut. Und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt ausbauen lassen will. Glaube nämlich nicht. Okay, manche Bäume müssen nämlich wieder komplett auswachsen. Ich brauche ja auch ausgewachsene Bäume. Erstmal alles wieder pflanzen. Ich könnte meine Bäume auch eigentlich direkt dahin pflanzen, wo sie stehen sollen. Aber ehrlich gesagt, muss ich halt immer sehen, wie es wirkt. Und dann ist es einfacher, wenn ich sie schon auswachsen lasse und dann dahin pflanze. Okay, das sind jetzt nur die Laubbäume, die ich hier wachsen lasse. Und dann brauche ich noch Platz für die Tannen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis ich hier hinkomme. Also vom Terraforming her. Und dann weiß ich gar nicht, wo ich die Bäume dann noch hinpflanzen soll. Dann habe ich echt ein Problem. Gegen Ende der Insel. Ich hoffe, der Baum wächst. Possieren kannst du auch so analysieren lassen. Eigentlich nicht. Also ich habe es schon ausprobiert. Ich bin mir ziemlich sicher. Bist du dir ziemlich sicher? Wenn du sagst, du bist dir sehr sicher, dann würde ich es nochmal ausprobieren. Aber ich bin mir so zu 99% sicher, dass es nicht geht. Aber vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Ich habe halt nicht mal... Also man muss ja Insekten oder Fische spenden, damit das Museum sich erweitert. Und weißt du schon, was auf dieser Seite der Insel hinkommen soll? Ne, noch nicht so ganz. Ich mache mir nur im Kopf den nächsten Abschnitt gedanklich. Und als nächstes kommt da halt eine Farm hin. Ich möchte halt viel mit Wasser und Terraforming machen. Vielleicht machen wir noch einen großen See dahin. Mit Campingplatz im Hintergrund. Ich glaube, das fände ich cool. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, du kannst es trotzdem machen. Du musst ja nicht spenden. Okay, wir probieren es nochmal aus. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass er am Anfang nur Insekten und Fische annimmt. Also dass er dieses Analysieren nämlich gar nicht hat. Ist ja nicht so viel Arbeit. Ich glaube, ich habe ein Fossil in meinem Ding. Einige Fossilen. Das wäre auf jeden Fall Money. Guck mal, ich kann nur stiften. Oder? Ich schaue ab, zurück zu dem Fund. Ich muss es sofort analysieren. Oh, okay. Aha. Ich nehme es mit. Okay, es funktioniert. Gut. Gut, dann habe ich nicht drauf gedrückt. Da stand nur Stiften und ich dachte, dass ich dann direkt stifte. Sehr gut, dass ich nochmal ausprobiert habe. Danke euch. Und du sollst Emil Crescent Profi sein. Dann sollte ich vielleicht auch irgendwas vielleicht noch. Wenn ich... Ach, scheiß drauf. Ich mache nichts mit den Fossilien, oder? Dann müsste ich die passenden Fossilien alle zusammenbekommen. Und das ist ultra anstrengend. Ich glaube, ich lasse das sein. Ist ja nicht so, dass ich schon genug zu tun habe. Aber es ist eine gute Methode, um Money zu machen. Okay, habe ich aber alles gepflanzt, was ich pflanzen wollte? Yes. Dann springen wir nochmal ein Arm nach vorne. Ich habe gerade irgendwie in inneren Drang kurz das teure Sofa, was ich gerade gekauft habe, für 44.000, kurz in die Wohnung aufzustellen. Damit es sich gelohnt hat. Und ich muss da auch mal ganz dringend... Oh Gott, oh Gott. Wow. Also ich brauche irgendwie mehr Teppiche. Und mehr Tapeten. Das hat ja alles nichts gebracht hier. Spulen nach vorne. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Euphemia nicht da sein wird. Uh, Buhu ist da. Kann Euphemia und Buhu gleichzeitig da sein? Ja, ne? Wir können mir ein Item geben, das nice ist. Das machen wir mal. Ich habe ihn erschreckt. Direkt. Mann! Ich will pass die ganzen Sternen schnuppen. Dann spule ich gleich nochmal einen Tag nach vorne. Wobei ich eigentlich genug... Oh Gott, direkt zwei nebeneinander. Und Larissa fängt einfach hinten an zu singen. Obwohl ich eigentlich... Ich brauche gar nicht so viel. Ich habe nämlich noch... Ja, ich glaube, ich kann mir den 19. merken, wenn ich wirklich noch was brauche. Dann spule ich einfach wieder auf den 19. Oktober zurück. Das hat auch für mich keinen Sinn, nur einen Tag nach vorne zu spulen. So, ich brauche noch ein Licht. Währenddessen können wir den auch schön nach Euphemia Ausschau halten. Machst du auch mal Sport mit dem Wohnen, dann siehst du, ob sie da ist? Stimmt. Das könnte ich echt machen. Habe ich das freigeschaltet? Ja, ne? Aber jetzt suche ich ja eh noch das letzte Lichtlein, um das Item zu bekommen von dem lieben Buhu. Und ich wollte gucken, ob jemand anderes noch craftet. Vielleicht kriegen wir da ja auch ein cooles DIY noch. Ah, sie kocht. Birnenkuchen. Das könnte was Neices sein. Das kann er nämlich kochen, weil ich habe Birnen. Wie schön sei der Bereich? Bitte schön aus. Dankeschön. Ich muss sagen, ich bin eigentlich aktuell auch sehr zufrieden. Also es wird noch ein bisschen was verändert vom Boden her. Also ich weiß nicht, welchen Bereich du genau meintest. Aber ja, ich will hier so kleine Steppingstones hinmachen. Ich will das überall hinmachen quasi. Ja, ist auch am Start. Kann noch nicht sein, dass mir jetzt genau eins fehlt auf dieser halbleeren Insel. Habe ich es übersehen? Ah, okay, da ist es. Und ich kann direkt eine Treppe bauen. Oh, das kostet ja auch noch mal Geld. Oh nein. Habe ich ganz vergessen, dass das auch noch mal teuer ist alles. Aber ja, die Treppe kann ich direkt bauen. Dann passt es auch. Tada! Ähm, etwas Teures oder etwas Neues? Kann etwas Teures auch etwas Neues sein? Oder etwas Teures? Marokko-Lampe. Ja. Es ist was Neues und Teures. Win-Win-Situation. Sehr schön. Oh Gott, ich muss unbedingt und das sind Spulen. Mich macht das noch verrückt mit den Sternstubben im Hintergrund. Weil etwas Neues wäre Weizenfeld gewesen. Stimmt, weil Weizenfelder sind nicht so teuer. Oh! Ich hätte... Egal. Ich rede mir ein, es wäre kein Weizenfeld gewesen. Ich rede mir ein, das Weizenfeld, es kommt noch. So, okay. Aufgang bauen. Nehmen den Hangfad. Schön das günstigste. Nee, aber ich finde auch, glaube ich, das ist das Beste, was zu der Insel hier passt. Ja. Passt so. Aber ja doch. Gut, dann sprungen wir zwei Tage nach vorne. Irgendwie nervt mich auch, dass die Kartons so super hell sind. Aber ich könnte auch die Töpfe in weiß machen. Vielleicht würde das besser aussehen. Aber schauen wir mal, wie das Ganze in der Jahreszeit dann wirkt. Eins, zwei. Können wir die ersten Sachen einfrieren. Ich hoffe, bis dahin sind auch noch mal ein paar Sachen nachgewachsen. Schon wieder das Burgtor. Wieso ist es nicht das Weizenfeld? Okay. Die sind endlich gewachsen. Merke auch gerade, ich habe gar nicht so viel. Ups, zum Einfrieren der Bäume. Ein bisschen kritisch. Da ist ein Birnbaum noch. Okay. Vielleicht reicht es gerade so. So, ich friere die Bäume ein bisschen plattsparend ein. Okay. Das passt von den Bäumen her, würde ich sagen. Von den kleinen Bäumchen will ich immer nicht so viel haben. Vier Stück. Gehe ich auch vier. Ah ja, komm. Kann hier auch noch ein fünftes. Jetzt so viele Bäume gepflanzt. Wir müssen ja ein paar normale Tannen noch auswachsen lassen. Die Treppe ist fertig. Gucken wir mal, wie man craftet. Mimi ist auf jeden Fall wieder am Sport machen. Muss aber ein Nepp und Schlepp rein. Eine Flaschenpost. Hier könnte man eigentlich auch gut noch mal eine Treppe runter machen, theoretisch. Das Unkraut muss ich hier auf jeden Fall noch mal neu verlegen am Ende. Es wächst mir zu wild hier weiter. Oh no. Okay, da muss ich jetzt warten. Ich brauche wieder neue Büsche. Es ist verrückt, wie viele Büsche ich verbrauche. Okay. Jetzt sieht es schon fast wieder zu unordentlich aus mit dem Unkraut. Und es muss halt irgendwo, ich muss irgendwo, glaube ich, im hintersten Eck ganz viel Unkraut pflanzen, damit es nicht weiter wächst, weil mich nervt das irgendwie, wenn es so großes Unkraut ist. Okay. Warte mal, warte mal. Habe ich irgendwas vergessen? Ah ja. Nepp und Schlepp. Und Flaschenpost habe ich auch noch nicht. Und dann noch mal einen Tag nach vorne spulen. Bin ich gerade vorbeigelaufen? Ist sie nicht. Und da unten war sie eigentlich auch nicht. Ah ja. Ich glaube, ich vergesse manchmal diesen Strand hier unten. Bauklotzhocker. So knapp. Guck mal, ich brauche den Baumstammhocker. Manu. Mit Tina und Sina muss ich auch noch reden. Hier. Die Kuchenschachtel ist ein süßes Item. Das kann man nämlich auch umgestalten. Davon kaufe ich direkt mal zwei. Das ist auch nicht teuer. Weizenfeld ist nicht am Start. Dieses Fahrrad. Wanddeko, Mountainbike. Komm. Vielleicht hänge ich mir das in mein Haus rein. Diese Pinnwand habe ich schon. Ich habe ja gerade gemerkt, dass ich keine schönen Tapeten habe. Die Weißziegelwand wird ein bisschen kalt. Aber ich nehme sie trotzdem mal. Quadrat Dunkelbohnen. Könnte auch ganz süß sein. Krautenfliesenbohnen. Jetzt schon wieder gar kein Geld. Dann kurz noch Geld holen und wieder einen Tag nach vorne spulen. Ich spule übrigens nicht wegen den Weizenfeldern, sondern ich spule, weil ich die Bäume da einfrieren will. Oh, den Totenhut in der Farbe. Kann mir auch nochmal. Ich habe ja auch vergessen, mit Sina zu reden. Das wollte ich machen. Uh, das ist ein nices Item. 17.000. Das ist so teuer, man. Perfekt für meinen Farmbereich. Kompakt Plattenspieler nehmen wir auch mal mit. Also, wenn alles schief läuft, nehme ich diese Tapete. Aber die finde ich auch nicht sonderlich schön. Zu Sina wollte ich noch natürlich. Ich habe ein neues Stoffdesign. Achso, ich bekomme jeden Tag ein neues Stoffdesign. So war das, ja. Die Schuhe könnten süß sein. Das könnte auch ein süßes Outfit sein für den Herbst. Aber ich glaube, ich halte das an. Ich glaube, jetzt habe ich schon was Bandana. Die Brille passt ja supi. Die Schnürstiefel passen eigentlich. Ja, komm. Ich finde die Schnürstiefel sogar fast besser. Ich glaube, ich muss die Hose auch nochmal wechseln. Irgendwie ist die Hose cool, aber irgendwie nervt sie mich auch ein bisschen. Okay, ich habe ein Problem. Die Tannen sehen irgendwie anders aus als sonst, oder? Ich habe zu wenig. Noch wieder eine Fundsache. Okay, vielleicht habe ich doch genug. Oh, da wird bestimmt ein Apfel verloren gehen. Nee, okay. Nice. Ah, und hier sind die ganzen Birnen gewachsen. Easy. Aber ja, ich könnte das einfach hier so reinschieben. Okay, das sollte reichen. Woher nimmst du all diese coolen Ideen? Aus dem Kopf. Vieles aus dem Kopf. Vieles aber auch, was ich bei anderen Leuten schon gesehen habe. So, es ist manches aus Pinterest. Es ist immer so ein Mischmasch. So, okay. Die Bäume können dann auswachsen. Okay, ich pflanze jetzt auch nochmal einen normalen Apfelbaum. So. Und dann vielleicht auch noch einen normalen Birnenbaum. Oh, jetzt ist es sehr windstill auch. das mal wachsen. Okay. Ich war bei Nepp und Schlepp. Geht nochmal mit Mimi. Und ich suche die Flaschenpast nochmal. Hat's, wem hat, was hat sie gesagt? Wem gehört das? Ah, ich habe mich zugehört. Was hat sie gesagt? Scheiße. Pienchen. Ah, Dankeschön, Löhr, dass du aufgepasst hast. Apfelwackelpudding. Nice. Süße Items. Okay, warte mal. Jetzt habe ich so süße Items hier. Also die Apfelmarmelade und Apfelwackelpudding, dass ich die auch gerne davor aufstellen will. Habe ich da einen süßen Tisch, wo ich das draufstellen kann. Den Oldschool-Hocker wollte ich eigentlich auch nochmal verschieben. Dann könnte ich es auf die Campingbank machen. Aber irgendwie finde ich es auch nicht so geil. Zur Not mache ich es auf die Baumstammbank. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Ich kann eh keinen Laster. Ich kann mir den nicht so oft leisten als Deko. Aber vielleicht kann man den... Gibt es nicht so ein Obstlogo? Gemüsefirma. Und der ist auch schön rot. Das passt eigentlich ganz gut. Den da so hinstellen. Das könnte süß aussehen. Brauche Hartholz auf jeden Fall. Ach, Mann. Und natürlich kein Hartholz noch rausbekommen. Ich will halt, wie gesagt, eigentlich einmal noch die Kürbiskutsche haben. Ich glaube, ich spule jetzt einmal schnell auf Halloween, damit ich die Kürbiskutsche... Ich weiß nicht mal, ob ich die Kürbiskutsche letztendlich dann irgendwo einsetzen werde. Aber ich will sie einfach haben. Dann muss ich nicht nochmal zurückspulen, wenn ich sie doch haben will. Oh Gott. Und die fängt an, alles wild zu wuchern. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mädchen. Da bist du. Ein Retro-Metro... Das habe ich schon. Och, Mann. Ich habe die Flaschenpost gefunden, aber noch nicht jemanden, der craftet. Dann gucken wir nochmal ganz schnell rein. Auch wenn Mimi nicht im Haus ist, das bedeutet, sie wird nicht craften können. Ah, vielleicht Hanne. Oh, ein Grabstein. Willst du mir was damit sagen? Okay. Ich hatte überlegt, die Tontöpfe vielleicht doch umzugestalten in weiß. Wegen den weißen Kisten. Und das würde passen zu dem weißen Schrank hier. Würde matchen. Ich habe ja auch nicht mehr so viele Umgestaltungen. Set 7. Und das. Ja, das passt besser zu den weißen Kartons, habe ich das Gefühl. Und dann kommt nämlich der Laster hier so hin. Ja. Das ist ganz süß, glaube ich. Etwas herstellen. Ich bräuchte Kartons. Und das mal. Küche da. Könnte eigentlich auch süß. Süßes Item sein. Hier das Strohbett kann man eigentlich auch zwischendrin als Item, als Deko mal benutzen. Gerade wenn hier so zur Farm kommt. Mann. Ein Baumstammhocker wäre doch auch mal was Tolles. So. Und dann will ich hier eigentlich schön die Marmelade hinstellen. Okay, warte mal. Wenn ich dran schüttel. Wie viel Apfel geht verloren? Oh, gar kein Apfel. Gut, dann mache ich hier den Weg lang eigentlich. Und dann kommt hier noch ein bisschen Farm hin. Ein bisschen Farmland wollte ich eigentlich hier hin machen. Das war der Plan. Und ein bisschen Wasser auch. Hier war ein Ballon. Ich habe eigentlich eine gute Idee. Ich weiß noch nicht, ob das so nice aussehen wird. Das ist das süße Item. Das kommt woanders hin. Das passt hier nicht hin. Hier muss eigentlich nicht wieder nichts pflanzen. Hier muss ich eigentlich einen Baum hin. Also hier muss ich das doch alles ein bisschen verschieben. Warte mal. Könnte auch sehr dumm aussehen gerade, was ich hier tue. Aber ich will so ein bisschen so ein paar Felder hier hin machen. und die so mit Wasser verbinden. Wobei, warte mal. Ich muss hier näher aneinander machen. Schauen mal. Okay, ich glaube, das sieht auch fast besser aus, wenn das dann eckig ist. Und jetzt hier Weizenfelder. Das wäre es doch. Ich glaube, es wäre doch besser, wenn es rund ist. Okay. Gut kochen. Aber einen Apfel kann ich essen. Den Baum umpflanzen. Okay. Ich spule jetzt. Also ich wollte auf Halloween spulen. Das war ja noch mal ganz schnell. Bin hier schon wieder viel zu lange in Ambush Tressing versunken, merke ich. Okay, das sieht auch interessant aus auf der Karte, aber ich finde es irgendwie witzig. Nehmen wir so. Hat irgendwie was Witziges. Ich habe halt Angst, dass das alles hier zu ähnlich wird mit Cozy Leaf. Ich brauche mal etwas Uniques, was ich vorher so noch nicht hatte. Sweet. So. Hier kann man vielleicht mal ein paar Büsche dann noch hinpflanzen, damit das Ganze schöner aussieht. Und ich glaube, hier mache ich dann auch vielleicht mache ich dann das so. So. Das ist eigentlich auch ganz cool, wenn wir hier so einen Wasserfall runtergehen. Da muss man dann rüberspringen. Aber ist okay. Eine Brücke hier rüber wäre eigentlich auch cool. Eine kleine Mini-Brücke. Das wird auch nice aussehen, glaube ich. Aber dann muss ich das auf jeden Fall dicker machen. Wir merken uns die Idee. Brücke hier rüber machen. Ich schaffe das nur nicht heute. Oh. Oh nee, du willst aber nicht ausziehen, oder? Eine Herzenadel. Okay, dann danke dir. Oh ja, dann haben wir hier so eine kleine Farming-Area. So einfach wachsen. Kann man so runtergucken. Wenn man hier noch eine Brücke hin, dann sieht man das auch. Das ist doch schon süß. Vielleicht macht man irgendwo anders noch eine größere Farm hin. Aber das ist schon süß. I like. Ich hole euch.